Ok, da steht Loopaufnahme 2 Minuten. Keine Ahnung was es bedeutet, ich lasse einfach die Kamera mal 2 Minuten laufen, mal gucken was da passiert. In der Zeit werde ich ein bisschen YouTuben oder ähnliches. Ok, wir sind jetzt bei 55 Sekunden. Keine Ahnung was eine Loopaufnahme ist, aber das werden wir gleich sehen, wenn ich das auf den Laptop gezogen habe. 1 Minute 19. Hä, was soll das? 1 Minute 33, na los komm schon. Ich habe noch andere Modi zu testen. 1,45. 50. 52. Und Ende. 50. 50. 50. 52.